Nach dem Provokantenwerk Diät macht die Cut-Bestel-Autor Dr. Edgar Raschenberger soeben sein neuestes Werk präsentiert. Was gesunde Beine brauchen. Beinleiden, Gelenksprobleme, Venen oder Gefäßschwächen sind laut Raschenberger Zivilisationskrankheiten, die nicht sein müssen. Wir können auch Gesundheit denken und Gesundheit leben. Und ich habe in diesem Buch einmal aufgezeigt, was wir alles tun können, um diesen Krankheiten vorzubeugen, sie gar nicht entstehen zu lassen. Und ich glaube, dass das gerade für unsere Kinder und unsere Enkelkinder von eminenter Bedeutung ist. Im neuen Buch beleuchtet Raschenberger auch zahlreiche Irrtümer im Zusammenhang mit Beinen. Die bekanntesten Irrtümer sind dieses angebliche Übereinanderschlagen der Beine sei ungesund, Fußbodenheizung ist ungesund, Wärme generell sei ungesund, Sonne sei ungesund und würde Krampfadern auslösen. Wärme kann also grundsätzlich nicht schaden. Mit der sogenannten Kibun-Matte beweist Raschenberger, dass Beine im Stehen auf der weichen Unterlage durchaus gesünder bleiben können als im Sitzen. Wenn ich also barfuß auf dieser Matte stehe, dann müssen meine Wadenmuskeln, meine Oberschenkelmuskeln Arbeit leisten, die dazu führt, dass der venöse Rückstrom zum Herzen verbessert wird. Man kann also davon ausgehen, dass man in einem aktiven Stehen die Beine besser trainiert wie im erschlafften Sitzen. Was gesunde Beine brauchen. Das neue Buch von Dr. Edgar Raschenberger am besten gleich lesen und vor allem so oft als möglich barfuß gehen.